ich habe auch langweilig für die zuschauer wenn überhaupt jemand zuschauen ja wir sind ja nicht live kann man schlecht sagen schaut denn jemand zu wenn jemand bis zu der stelle geschickt geschickt geschaut hat ja keinmal hallo in die kommentare schreibe ja soviel schweig schaue meine zuschauer immer nur die mitte des videos in den rest lassen so weg ich könnte ganz kurze theoretisch könnte ich nicht einfach nur zehn sekunden videos machen und das als playlist hochladen die kann man aber auch nicht ich baue jetzt ein es jumpen rein es funktioniert kannst du das ja mal probieren gewinn versuch mal es jumpen rein hier drauf dann hier drauf hier drauf hier drauf und hier drauf da oben guck mal der winkt uns das ist ein red panda der hat eine goldene äppel und da hat voll die ja das hätte ich getroffen wir hatten den turm hier gebaut ja hier kann man so einen kreis springen guck wie viele runden schaffst du super ich bin hier reingesprungen in einer sprung der verkactiviert was ich hab aber über und ich binnen Suh Hehehe 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 Ja super Suh Hehehe 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 Oh du Mach mal doch Suh Ich komme ja nicht mehr hoch Suh Ah Ich bin ja nicht mehr so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020